Sie ist eine Gabe Gottes für uns, auch für unsere Gemeinde. Und Gaben, weißt du, es ist so, dass wir empfangen die Gaben Gottes, indem wir ein offenes Herz haben und eine Wertschätzung dafür haben. So bekommen wir am meisten. So, ich möchte, dass wir jetzt einfach nicht nur, super, die Patricia bringt uns heute das Wort, sondern dass wir sie so sehen. Sie ist eine Gabe Gottes an uns. Und sie hat ein Wort in sich und eine Gabe in sich und eine Salbung, eine ganz besondere ist auf ihr drauf, das Wort zu bringen. So, wir machen unsere Herzen auf und wir ziehen an dieser Salbung. Und wir empfangen, was Gott heute für uns vorbereitet hat. Amen. So, lass uns die Patricia willkommen heißen. Danke, Coni. Ja, ich liebe das Wort, das stimmt. Und du hast gesagt, ein Geschenk, ja, das ist auch mein Thema heute. Gottes Geschenke an uns oder Gottes Geschenk, das ultimative Geschenk an uns. Und wie ihr seht, ich habe heute auch ein Geschenk mitgebracht. Vielleicht seid ihr schon ein bisschen neugierig geworden. Also jeder mag Geschenke, oder? Ja. Genau. Und wenn man ein Geschenk bekommt, dann erwartet man auch, dass da was Gutes drinnen ist, eigentlich. Und bei Gott ist es so, er schenkt einfach nur gute Geschenke. In Jakobus 1,17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, von dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und über das möchte ich heute reden, was Gott uns geschenkt hat. Herr, ich möchte beten, danke Jesus, danke, dass du, heiliger Geist, mir jetzt einfach die Kraft gibst, die richtigen Worte. Danke für die Salbung, die starke Salbung auf dein Wort, Herr. Ich preise dich und lobe dich dafür, dass ich da heute sprechen kann. Und ich möchte auch was erwarten für unsere Herzen, Offenbarungserkenntnis und einfach was ganz Neues. In Jesu Namen, Amen. Amen. So, schauen wir mal, was da drinnen ist. Das ist immer das Schönste, das Auspacken, oder? Ja, also, Gott hat uns das Leben geschenkt. Damit fange ich jetzt an. In 1. Mose 1,26-27 steht, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Er wollte uns erschaffen aus Liebe, damit er jemanden hat, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und es ist so schön und spannend auch zugleich, wie Gott das gemacht hat, wie er uns erschaffen hat. Das lesen wir in 1. Mose 2,7. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm Lebensatem in die Nase hinein. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das heißt also, Gott ist unser Vater, weil er hat uns erschaffen. Und ein Vater liebt seine Kinder, oder? Und er liebt uns so sehr, er hat sogar schon bevor er die Erde erschaffen hat, hat er gewusst, dass er uns erschaffen möchte. Und das lesen wir in Epheser 1,4. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld, aus Liebe zu uns. Er hat uns schon auserwählt, bevor er überhaupt die Erde geplant hat. Das ist so schön. Und wenn du heute da bist und du weißt nicht so recht, liebt mich Gott wirklich, ja, er liebt dich so sehr. Er hat schon gewusst, dass du da in dieser Zeit, wo du jetzt gerade bist, sein sollst. Er hat einen bestimmten Plan für dich. Und das ist so ein schönes Geschenk. Und weißt du, für Gott bist du überhaupt das größte Geschenk. Und er hat dich ganz einzigartig gemacht. Im Psalm 139 kannst du lesen, er hat uns kunstvoll, hat er dich im Leib deiner Mutter gewoben. Das ist für mich als Hebamme natürlich auch sehr schön zu lesen. Also du bist wirklich kein Zufall nicht. Und du bist genau richtig da, wo du jetzt bist. Und Gott ist eben unser Vater und er wollte nur das Beste für uns. Aber eine echte Liebe beinhaltet auch einen freien Willen. Das ist einfach so. Eigentlich wollte er nicht, dass wir Schmerzen und Krankheiten haben und Leid erleben. Aber aus seiner großen Liebe heraus hat er uns den freien Willen schenken müssen. Sonst wäre das keine echte Liebe. Und das lesen wir in 1. Mose 2,15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Und das Wort schärfte ihm ein, in der Elberfelder Übersetzung steht, er gebot ihn. Und im Urtext auf Hebräisch heißt das Wort Zawa, das heißt gebieten, befehlen, beauftragen. Und das ist eigentlich ein ganz starkes Wort. Es steht dabei, das Wort bezeichnet das verbindlich anordnende, befehlende Reden eines Königs. Das heißt, das waren wirklich schon ganz starke Worte von Gott. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Kindern sagen, wenn die noch ganz klein sind, greif lieber nicht auf die Herdplatte, dann machen wir das auch. Weil, okay, du wirst jetzt Schmerzen haben, wenn du das machst. Und das ist wirklich was ganz Starkes. Und wenn das passiert, dann sind wir auch total traurig. Aber ja, wir wissen, wie es dann tatsächlich war. Die Menschen haben, oder Adam und Eva haben von diesem Baum gegessen. Und in dem Augenblick, Gott hat ja eben seinen Lebensatem in uns hineingehaucht, seinen Geist. Und in dem Moment, wo wir uns abgewendet haben von ihm, ist das quasi tot gewesen. Der Geist war tot in einem Moment. Wir waren vorher in Harmonie mit Gott. Wir haben Gemeinschaft mit ihm haben können. Und plötzlich war es aus. Und das lesen wir in 1. Mose 3, 7. Plötzlich gingen beiden die Augen auf, eben Adam und Eva. Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Ländenschurz. Also das Erste, was sie empfunden haben, nachdem sie sich gegen Gott entschieden haben, war Scham. Also das erste sichtbare Zeichen von Sünde war Scham. Und Scham ist was ganz Schreckliches. Das hat sicher jeder schon von uns erlebt. Das ist ein Gefühl, du fühlst dich so klein und so minderwertig. So, okay, wo gehöre ich hin und bin ich richtig überhaupt? Und ich habe in meinem Leben auch wirklich stark mit Scham zu kämpfen gehabt. Meine Mutter hat eine psychische Erkrankung gehabt und so bin ich aufgewachsen. Und ich habe immer in der Schule, wenn es um Mutter oder Familie gegangen ist, habe ich immer irgendwas erfunden, weil ich mich einfach so geschämt habe. Und das war einfach, das hat sich dann weitergetragen. Ich habe dann zwar ein bisschen besser umgehen können, aber es war immer dieses Scham und auch dieses, dass ich vor euch jetzt da reden kann, ohne dass ich mich jetzt irgendwie klein fühle, das ist jetzt nicht selbstverständlich für mich. Also das habe ich mir, bevor ich Jesus kennengelernt habe, hätte ich mir das nie vorstellen können. Ich hätte vielleicht da gesprochen, aber ich hätte mich innerlich so ganz so, bin ich richtig, mache ich alles gut? Und das habe ich eben jetzt nicht mehr, aber da komme ich später noch dazu. Genau. Also Gott konnte nun nicht mehr mit den Menschen zusammen sein, weil er einfach, Gott ist ganz rein und heilig und Sünde hat einfach keinen Platz oder keinen Bestand vor ihm. Deswegen mussten sie gehen. Das hört sich natürlich jetzt sehr traurig an, aber Gott hat einen besseren Plan gehabt. Und im Alten Testament lesen wir dann, wie es weitergegangen ist. Die Menschen haben versucht, die Sünde zuzudecken mit Opfergaben. Es gab Mittler, die zwischen den Menschen standen. Priester haben für sie Opfer gebracht, damit quasi die Sünde einfach zugedeckt wurde. Aber diese direkte Verbindung zwischen Gott und den Menschen war einfach nicht mehr da. Und das war ein sehr schweres, trauriges Leben eigentlich. Und deswegen hat Gott uns ein noch besseres Geschenk gemacht. Und ihr wisst das wahrscheinlich schon, oder? Und das habe ich da drinnen in Form populär einer Bibel, nämlich Jesus ist das Wort. Und wir lieben das Wort, oder? Und eben in Johannes 1,1 steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und warum ist Jesus jetzt das beste Geschenk, was Gott uns machen hat können? Weil Jesus kommen ist, um uns eine Einladung zu geben, mit Gott, unserem Vater, wieder in Verbindung zu kommen. Damit dieser Bruch, dieser geistige Tod, einfach, dass da eine Umkehr passiert. Und das ist einfach etwas ganz Wichtiges im Leben von jedem Menschen. Und Jesus nahm durch das Kreuz die ganze Sünde auf sich, von jedem Menschen, von der Vergangenheit bis in der Zukunft, was noch alles kommt. Das ist alles schon erledigt durch sein Blut. Und wir lesen in Matthäus 11,28 bis 29, den kennen wir auch alle sehr gut, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmühlt und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Und ich finde es so schön, in Vers 29, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Wir sollen wirklich Jesus, auch wenn wir ihn schon gut kennen und wissen, dass er uns liebt, aber er möchte einfach wirklich im täglichen Leben bei uns sein und dass wir ihm unser ganzes Leben noch einmal hingeben. Und wenn irgendwas steht zwischen dir und Jesus, wo du denkst, ja irgendwie spüre ich die Verbindung nicht, dann komm zu ihm und leg es ihm einfach hin. Wenn du Jesus angenommen hast, ist da nichts mehr zwischen dir und Gott. Es gibt einfach nichts mehr. Und er macht das wirklich sehr behutsam. Wir brauchen jetzt keine Angst haben, wenn wir zu Gott kommen. Wir können einfach frei vor ihm stehen. Und er sieht auf niemanden herab. Egal mit was du kommst, du kannst immer kommen. Ja, das ist so eine schöne Einladung, einfach diese schweren Lasten ihm zu geben. Und in der Bibel heißt es eben die neue Geburt. Wenn wir Jesus unser Leben geben, das steht im 2. Korinther 5, 17, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Und in der Schlacht, da steht, das war jetzt die Hoffnung für alles, die finde ich auch so schön, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Alles ist neu geworden. Und man kann das so ein bisschen vergleichen mit einer Geburt. Und ich als Hebamme habe halt schon einige Geburten begleitet. Und wir sind ja, wenn wir Jesus noch nicht angenommen haben, dann sind wir geistig tot. Und bei einer Geburt ist es so, jede Frau, also vielleicht weißt du das, wenn du schon mal geboren hast, wenn nicht, dann hör einfach zu. Kleiner Geburtsvorbereitungsruf. Jede Frau im Zuge der Geburt kommt an einen Punkt, wo sie das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will wegrennen. Und manche Frauen erzählen mir dann nachher, wenn wir darüber reden, wie das so war, das Gefühl, was sie gehabt haben. Und manche sagen, ich habe das Gefühl gehabt, als müsste ich sterben. Also, das ist echt, echt schlimm. Und in dem Moment, wo sie aber dieses Gefühl hat, ich bestärke die Frau dann immer und sage, ja super, ich freue mich dann immer. Es dauert nicht mehr lang. Ich sage ihnen, es dauert nicht mehr lang, du hast das gleich geschafft. Und so ist es auch, wenn wir, Jesus unser Leben geben, vielleicht haben wir auch ein paar Hindernisse, dass wir da diesen Schritt nicht wagen. Aber wenn wir es dann machen, dann ist in einem Moment das neue Leben da. Wir haben Freude und Frieden und das Alte zählt nicht mehr. Und bei einer Geburt ist es auch so, du hast dann, ein, zwei Stunden später nach diesem Moment, dauert ein bisschen länger, hast dann dein Baby im Arm und das Alte ist auch vergangen, weil du bist dann auch ein neuer Mensch als Frau. Du tickst dann ganz anders, du siehst alles anders. Und ich finde, das ist ein schöner Vergleich. Also bei Gott ist so, also es ist so dieses hineintauchen in den Tod und dann ins Leben wieder auftauchen. Genau. Und was bekommen wir alles, wenn wir unser Leben mit Jesus verbringen? Was schenkt er uns alles? Da ist dieser Frieden, den wir von ihm bekommen, der ist so gut. Und wenn du Jesus nicht kennst und du hast auch Momente gehabt in deinem Leben, wo du Frieden verspürt hast, aber das kommt niemals da heran. Der Frieden ist einfach, der alles übersteigt. Und es ist eine Freude da, die alles übersteigt. Eine Freude, die nie weggeht. Eine Freude über das neue Leben, das ich so angenommen bin, dass ich gut bin, wie ich bin. Und du bekommst eine neue Identität. Das ist auch ein großes Geschenk, das Jesus uns macht. Da muss ich ein bisschen von mir erzählen auch, das passt gut dazu. Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und ich habe, mein Opa war so ein bisschen wie mein Vater, aber meinen richtigen Vater habe ich nicht wirklich kennengelernt. Und in der Pubertät ist man dann meistens in so einer Phase, wo man einfach nach den Wurzeln sucht. Das war recht schwierig und auch heute weiß ich noch nicht genau, wo ich herkomme. Und als ich Jesus angenommen habe, habe ich nicht gleich dieses Gefühl gehabt, aber ich war dann an einem Punkt wieder, wo ich gesucht habe nach meinen Wurzeln, jetzt den irdischen. Und Gott hat mir dann durch eine Predigt gesagt, schau, ich bin der Vater der Vaterlosen. Und das war so gut. Und ab dem Moment habe ich gewusst, okay, ich habe einen Vater im Himmel, ich brauche jetzt nicht mehr suchen, ich freue mich, wenn mein Vater kommt, mein echter, und mir ein bisschen was erzählt, aber ich habe nicht mehr diesen Drang, okay, ich muss da unbedingt. Und Identität ist so etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir wissen, wo wir herkommen, wenn wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dann braucht man nicht mehr suchen. Wir sind angekommen, oder? Und das ist so gut. Das ist der Sinn im Leben auch. Wenn du keinen Sinn im Leben hast, dann probiere es einfach mit Jesus. Du bist dann am richtigen Platz. Und es ist sehr trocken hier. Was wir noch bekommen, ist Ordnung. Ordnung ist so etwas Wichtiges und Schönes. Und Gott ist ein Gott der Ordnung, oder? Ja. Ja. Dagegen steht nämlich das Chaos. Und in meinem Leben ist es wirklich so, wenn ich ab dem Moment, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, es war wirklich Chaos. Rundherum in allen Finanzen und Beziehungen und Freunde und Kindererziehung. Und ich kann wirklich so zurückschauen, ab dem Moment, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, ist ein roter Faden und es hört einfach nicht auf, es wird immer besser. Es ist wirklich Ordnung in unser Leben hineingekommen. Das kann man wirklich sehen. Es braucht auch Zeit. Wenn du jetzt gerade stehst und sagst, okay, irgendwie geht nichts weiter und ich wachse nicht. Es ist gut so, wie du gerade mit Jesus gehst. Es ist wirklich gut. Alles hat seine Zeit. Und bei mir ist das auch nicht von heute auf morgen alles gegangen. Manche Dinge gehen so bei Gott, oder? Aber manche Dinge, da braucht er einfach ein bisschen, weil einfach die Umstände sehr verwoben sind. Und das ist auch okay. Gesunde Grenzen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Geschenk, was Jesus uns oder Gott uns gegeben hat. Weil wenn man nicht weiß, wo man Nein sagen soll oder wo man Ja sagen soll, dann ist es einfach ungesund in unserem Leben. Und Nein sagen ohne Schuldgefühle ist etwas ganz, ganz Gutes. Und Gott zeigt uns das durch sein Wort, wo man Ja sagen können und wo man Nein sagen können. Das ist die Anleitung dazu. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn ich das so erzähle, na eigentlich bin ich in einem guten Elternhaus groß geworden. Ich habe gesunde Grenzen. Mir geht es gut. Finanzen, alles gut. Ich habe keine Schulden. Ich habe einen guten Selbstwert. Und du kennst Jesus aber noch nicht. Da möchte ich dir jetzt einen Vers vorlesen. Römer 3, 23. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Und eben was da am Anfang war, eben wo wir mit Gott im Einklang zusammengelebt haben, in dieser Harmonie, das war eben, da haben wir die Herrlichkeit auch wiedergespiegelt von Gott. Und dann kam dieser Bruch und die Herrlichkeit war weg. Aber wenn wir Jesus wieder annehmen, dann haben wir diese Herrlichkeit wieder. Und das kannst du nicht mit irgendwelchen Werken oder wenn du ein gutes Leben hast oder, ich weiß nicht, immer brav bist und einen guten Job hast. Aber das soll jetzt auch gar nicht heißen, irgendwie, dass Gott mir den Finger zeigt und du musst das jetzt machen. Er hat uns ja den freien Willen geschenkt. Du kannst dich dafür entscheiden oder auch nicht. Und Jesus steht einfach da mit offenen Armen und wartet einfach nur auf uns. Und Jesus ist einfach dieses vollkommene Geschenk, was wir von Gott bekommen haben. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich heute einladen, einfach mit mir mitzubeten, wenn du das möchtest. In Römer 10, 9 steht, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist ein ganz einfaches Gebet und wenn wir das machen, dann steht eben in der Bibel, dass wir dann von Gott angenommen werden und dieser Bruch einfach vorbei ist. Und vielleicht machen wir einfach alle mit. Ich spreche vor und ihr sprecht es einfach nach. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und dass du der Sohn Gottes bist. Und dass du der Sohn Gottes bist. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Herr, für deine Liebe. Komm du in mein Herz. Komm du in mein Herz. Amen. Amen. Und ich möchte auch noch für die beten, die Jesus schon kennen. Danke, Herr, einfach, dass wir zu dir kommen können, so frei, ohne Scham und ohne Schuld, ohne Sünde, dass wir vor dir stehen, ohne irgendein Gefühl, okay, wir können nicht zu dir kommen. Ich bitte dich jetzt, Herr, wenn du, Heiliger Geist, zeig einfach jeden Einzelnen, wenn es da irgendwas gibt, was zwischen dir und Jesus steht, dann leg es ihm einfach hin zum Kreuz. Es ist ganz leicht. Er hat alles schon getragen für dich. Danke, Herr. Danke, Herr, für Herzen, die geheilt werden jetzt. Danke, Herr, für Liebe, die fließt einfach und dass Liebe alles durchbrechen muss, in Jesu Namen. Danke, Herr. Wir sind deine Kinder und du bist unser Vater. Danke, dass du so ein guter Vater bist. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Bleib mal einfach so und geh mal in Lobpreis mit dieser Haltung jetzt. Uuuhu. Juhu. Danke, Herr. Tschüss. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Tschüss, Tschüss. Tschüss. Ja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja-dja. Und dann, wir sehen uns zum nächsten Mal, Untertitelung des ZDF, 2020